Hast du trotzdem manchmal, vermisst du das schon manchmal irgendwie? Nein. Krass, dann ist das vielleicht doch einfach Typsache. Nein, der ist kein Alkoholiker im Gegensatz zu dir. Du bist Alkoholikerin, das ist der Unterschied. Das ist doch keine Typsache. Das war doch, naja, gut. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren betreuten Gucken hier auf YouTube. Ich habe ja kürzlich zum ersten Mal auf Twitch live das betreute Gucken gemacht. Vielen Dank an alle, die dabei gewesen sind. War ein sehr lustiger gemeinsamer Abend. Ich werde das sicherlich demnächst mal wieder machen. Werde es auch dann rechtzeitig ankündigen. Ja, und ich habe ja unter anderem eigentlich damals geplant, mir das anzuschauen, was ich mir jetzt im Nachhinein noch anschaue. Denn an dem Tag, an dem Donnerstag war das, glaube ich, sollte eigentlich dieses Video schon hier erscheinen, um das es geht. Ein Video von Y-Kollektiv. Und wir sehen hier erneut Caroline von der Gröben, die ja bekanntermaßen ein ziemliches Alkoholproblem hat. Und sie hatte ja eine Reportage gemacht, wo sie ein Selbstexperiment macht, wo sie 30 Tage lang mal keinen Alkohol trinkt. Mein Gott, da ist sie aber auch wirklich mutig. Das bedarf ja richtig Kraft. Ja, eigentlich ist es auch kein Problem. Es sei denn, eben man ist Alkoholikerin und braucht den Alkohol unbedingt. Und das ist bei ihr offensichtlich der Fall. Was sie aber nicht so richtig eingesehen hat. Und deswegen war das ja auch die große Kritik, die an dieser Reportage geübt wurde. Auch ein Q&A, was sie danach noch gemacht hat, zeigte sie eher wenig einsichtig in der Materie. So, nun ist die Kritik aber weiterhin groß geblieben. Und Y-Kollektiv hat die Reportage dann doch jetzt schließlich gelöscht vom Kanal. Aber es gibt jetzt stattdessen ein neues Video. Es ist offenbar eine Art Reaction-Video, das Caroline von der Gröben mit einem Suchtexperten gemeinsam macht. Sie gucken sich gemeinsam also nochmal die Reportage an, um die es damals ging. Ja, also haben wir jetzt hier eine Reaction auf die Reaction von Caroline, sozusagen. Ich bin mal gespannt, wie das werden wird. Ob wir da irgendwelche neuen Erkenntnisse draus ziehen werden. Und vor allem, ob Caroline denn auch einsichtig ist bezüglich ihres Alkoholproblems. Oder ob sie sich wieder am Ende sagt, ach komm, ich trinke halt gerne einen, ist doch egal. So, dann fangen wir mal ganz am Anfang an. Und los geht's. Hi, einige von euch haben es vielleicht mitbekommen, andere nicht. Vor einigen Wochen haben wir eine Reportage zum Thema Alkohol. Das haben wir alle mitbekommen. Und die hat massive Kritik geerntet. Wir haben die Reportage mittlerweile wieder offline genommen. Und ich würde euch gerne erklären, warum. Weil sie scheiße war. Und einige von euch fanden, dass die Reportage alkoholverherrlichend sei. Es ging in dem Film um ein Selbstexperiment. Ich habe 30 Tage lang nichts getrunken. Und eben auch erzählt, wie schwer mir das an manchen Stellen fällt. Dass diese Reportage alkoholverherrlichend wahrgenommen worden ist, tut mir super leid. Denn das war wirklich nicht der Plan. Wir sind aber nochmal in uns gegangen, haben uns eure Kritik zu Herzen genommen. Und es stimmt, an manchen Stellen haben Einordnungen gefehlt. Und es stimmt auch, mit Blick auf den Jugendschutz hätten wir die Reportage so besser nicht hochgeladen. Was heißt Jugendschutz? Auch Erwachsene lassen sich von Alkohol leicht verführen. Man sieht es ja an ihr. Hat da nichts mit Jugend zu tun. Gut, dass es sich obendrein an Jugendliche richtet als Funk, das kommt noch natürlich erschwerend dazu. Das stimmt natürlich, ja. Es wäre ja nicht Stil des Y-Kollektivs, wenn wir jetzt einfach das Ding unter den Teppich kehren und nie wieder darüber sprechen. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, die Reportage in überarbeiteter Form nochmal hochzuladen. Und dafür habe ich ein Reaction-Video gemacht. Aber nicht nur mit mir alleine, sondern zusammen mit Hans-Peter Eckert. Der ist Leiter der suchttherapeutischen Einrichtung Kukon in Berlin. Und wir haben nochmal einen kritischen Blick auf die Reportage geworfen. Das Problem bei Funk ist natürlich oft, wenn man sich sogenannte Experten holt. Dann holt man sich immer die Experten, die genau das erzählen, was man gerne hören möchte. Das haben wir ja erlebt bei diesem Paar da mit dieser geschlechtsneutralen Erziehung, wo ja auch ein Pädagoge zu Wort kam, der nun ganz rein zufällig das überhaupt nicht schlimm findet und ganz, ganz toll findet, diese geschlechtsneutrale Erziehung. Und alles ist ja konstruiert, was Geschlechter angeht und so weiter. Da hätte man mit Sicherheit auch einen anderen Experten dann sich nehmen können, der eine kritischere Haltung dazu gehabt hätte. Daher bin ich mal gespannt, wen man sich hier denn genommen hat. Ich hoffe, jemand, der sich die Karo mal ordentlich zur Brust nimmt. Okay. Boah. Mir geht's schlecht. Ich glaube, heute fällt es mir nicht schwer, kein Alkohol zu trinken. Uh, gestern war doll. Vorglühen, feiern gehen, Afterhour. Hier. Ich finde, ich finde, ich finde, das ist ein ganz armer Mensch. Die ist ein ganz armer Mensch, finde ich. Man merkt eher auch an, dass sie Alkohol, ein Alkoholproblem hat. Ja, die Stimme und die Haare und die, die auch, die, sie sieht ja auch alt aus. Ne, also sie, die, ich glaube, die ist, sie sieht deutlich älter aus, als sie in Wahrheit ist. Sowas kommt natürlich durch, 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 durch Saufen und durch Rauchen. Klar, das, das, äh, der Körper, ähm, reagiert darauf, logischerweise. Hiernach mache ich 30 Tage nüchtern. Ich wollte eigentlich heute anfangen, aber jetzt schmeckt es mir so gut. Und deshalb will ich sagen, ich verschiebe den Start mal auf den Morgen. Das ist schon mal schlecht, so anzufangen, ne? Na gut. Warum trinken alle weiter? Und ich merke, nicht trinken ist gar nicht so leicht. Alkohol gehört bei mir einfach dazu. Ich will aber auch verstehen, warum man sich bewusst dazu entscheidet, keinen Alkohol zu trinken. Unterm Strich hat Alkoholtrinken mir halt mehr genommen. Also sie will verstehen, warum man sich bewusst dazu entscheidet, keinen Alkohol zu trinken. Das ist, es ist für sie so, so fernab der Realität und der Vorstellungskraft, dass sie es verstehen möchte. Sie muss es verstehen. Das geht nicht in ihren Kopf. Das ist auch interessant. Gut, das ist ja alles jetzt Teil der Originalreportage. Darüber hatte ich ja einen Beitrag gemacht. Das war kein betreutes Gucken damals. Aber ich habe es ja auch zum Thema gemacht, auf jeden Fall. Dass es eine Knie immer hat. Vermisst du das schon manchmal irgendwie? Nein. Alkohol als Lebenselixier. Ist das nicht eigentlich ein bisschen sad? Nein, das ist ziemlich sad. Nicht nur ein bisschen, sondern ganz schön sad. Kein schönes Gefühl, mich so zu zeigen. Aber so oder so ähnlich bin ich schon oft aufgewacht. Ich habe mit 15 angefangen zu trinken und im Grunde nie damit aufgehört. Mit 15 habe ich angefangen und nie damit aufgehört. Ich meine, das wirft ja auch eigentlich ein schlechtes Licht auf die, ich meine, sie hat ja prominente Eltern. Die Ulrike von der Gröben und Alexander von der Gröben, das sind ja beides bekannte RTL-Moderatoren. Was sagen die eigentlich dazu? Die müssen doch auch denken, irgendwas haben wir doch falsch gemacht. Wir haben zu oft bei RTL gearbeitet. Wir haben auf unser Kind nicht gut genug Acht gegeben. Eins vorweg. Ich weiß, dass 30 Tage nüchtern bleiben für viele Menschen keine Herausforderung ist. Für mich aber schon. In diesem Film geht es nicht um Alkoholiker. Nein. Sondern um Menschen wie mich, die gerne trinken und um die Frage, bin ich wirklich frei von der Flasche? Also es geht um Alkoholiker. Oder Alkoholikerinnen, wie in deinem Fall. Mein Konsum sieht so aus. Ich trinke etwa viermal die Woche und auch mein Umfeld tickt ähnlich. Viermal die Woche trinken, mal ganz unabhängig von dem, wie mein Konsum aussieht, ist man automatisch abhängig, wenn man viermal die Woche Alkohol trinkt? Nein. Also die WHO-Maßgabe in dem Fall ist eigentlich, dass man, wenn man vier Tage trinkt und zwei Tage Konsumpause einlegt, dann besteht Hoffnung, dass man kein Problem vorliegt. Na, das macht er ja schon mal Hoffnung, der Karolin. Der kann sich erst mal wieder ordentlich einen bechern. Dann ist ja alles gar nicht so schlimm oder was. Na, das geht schon in eine komische Richtung. Die Frage, die sie hätte stellen müssen, ist ja eher die, wenn ich 30 Tage kein Alkohol trinke und ein Experiment mache und ich merke, mir fällt das schwer und ich leide darunter und ich habe ein dringendes Bedürfnis zu saufen, bin ich dann Alkoholikerin? Weil dann müsste er natürlich antworten, ja, in der Tat. Wenn sie das Bedürfnis haben, wenn sie ohne nicht können, wenn sie unbedingt müssen und den Drang haben, unbedingt Alkohol saufen zu müssen, dann sind sie Alkoholikerin. So, ne, aber so fragt sie natürlich nicht. Was, ja, vier Tage die Woche, das ist ja, das ist irgendeine reine Formalie von der WHO, aber was hat denn das schon zu sagen? Ich glaube kaum, dass sie mit 15 Jahren, als sie angefangen hat zu saufen, erst mal bei der WHO nachgeschlagen hat und gesagt hat, aha, wie viel darf ich denn pro Woche? Aha, viermal? Ja, okay, dann werde ich mich daran halten. Das kann ich mir jetzt nicht ernsthaft vorstellen. Ich glaube, die Dosis macht da jetzt ein bisschen das Problem. Also, ja, die WHO sagt ja, also es gibt keinen risikofreien Konsum neuerdings, das ist irgendwie Zellgift und hat immer eine schädigende Wirkung. Ich habe ein paar von meinen Freunden erzählt, dass ich dieses Experiment mache und ein paar dieser Reaktionen kann ich ja mal zusammenfassen. Einen Freund von mir habe ich geschrieben, ich mache jetzt 30 Tage nüchtern, hat er geschrieben, dann werden wir uns wohl 30 Tage nicht sehen. Hier ein anderer hat mir gar nicht mehr zurückgeschrieben, als ich gesagt habe, dass wir uns treffen können, ich aber nichts trinken werde. Ja, wie ich ja in meinem Beitrag schon gesagt habe damals darüber, wer solche Freunde hat, der braucht keine Feinde. Also, wenn die Freunde einen auch noch bestärken darin, reiß ich da keinen Alkohol, bist du verrückt? Gut, hier, komm, hoch die Tassen, wir saufen. Ja, dann sage ich nur, das ist natürlich ziemlich arm. Ich finde es schon krass, weil natürlich ist das alles als Witz gemeint. Und trotzdem frage ich mich, wie viel Wahrheit am Ende da dran ist. Denn bei dem einen oder anderen bin ich mir echt nicht sicher, ob ich den in der Zeit sehen werde. Eigentlich will ich aber genau das probieren. Also, das finde ich sowas von arm und sowas von erbärmlich, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Die nächsten vier Wochen mein Leben möglichst so weiterführen, wie sonst auch. Die gleichen Leute treffen, die gleichen Dinge tun, nur eben ohne Alkohol. Ich bin mit Freunden zum Essen verabredet. Erster Eindruck, alkoholfrei hat ein scheiß Image. Eine Happy Virgin will doch keiner bestellen. Warum denn nicht? Schon besser. Schmeckt auch. Der erste Abend fällt mir leicht. Aber schon am nächsten Abend das gleiche Spiel. Um mich herum trinken alle. Was trinkst du, Thomas? Was trinkst du, Lisa? Was trinkst du? Ich trinke Bier. Ich fühle mich wohl, wenn die anderen trinken. Dann ist die Stimmung besser und da habe ich dann ja auch was von. Oh Gott, das ist doch alles so erbärmlich. Was sagt ihr denn alles für arme Gestalten, Leute? Da irgendwie nur am Saufen und Saufen und das ist dann irgendwie, dann ist die Stimmung wenigstens gut. Mein Gott, Leute. Also, klar, natürlich. Wenn man auf eine, ich kenne das ja auch von früher, ich trinke schon lange keinen Alkohol mehr. Oder jedenfalls sehr, 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 sehr wenig. Vielleicht mal zu Silvester mal, dass man sich mal ein Glas Sekt oder so gönnt. Aber dann hört es bei mir schon auf. Ich kenne dich natürlich auch von früher. Klar, es gehört irgendwo dazu. Aber viermal die Woche so einen auf Party zu machen. Ich meine, die arbeitet doch auch bei Funk angeblich. Bei Y-Kollektiv macht doch auch Reportagen. Hatte die alle im Suff produziert oder was? Ich meine, gut, das würde einiges erklären, was das Ergebnis dieser Reportagen angeht. Aber ich finde das arm. Ich finde das richtig arm. Wir bleiben bis vier Uhr morgens in dem Laden. Wären wir alle nüchtern, wäre das bestimmt nicht passiert. Das ist natürlich nicht unproblematisch, aber auch nicht gut, wenn man sagt, naja, ich bin hier eigentlich nur noch, weil die Leute trinken irgendwie. Das ist, glaube ich, sehr ehrlich an der Stelle. Weil wir da sicherlich nicht so lange gesessen hätten, wenn da kein Alkohol geflossen wäre. Naja, was kann ich dazu sagen? Tja. Da fällt dir nicht ein, ne? Ich sage mal so. Wir sind halt irgendwie alle darauf angewiesen, in sozialen Kontakten zu sein und uns aufgehoben zu fühlen und irgendwie möglichst das auch noch angstfrei zu haben. Und dann ist Alkohol einfach etwas, was sozusagen die Angst besänftigt. Und wenn ich jetzt in Kontakt bin und dann zusätzlich noch einen Angstlöser dazu nehme, na, umso besser, dann habe ich ja sozusagen mehr soziale Kontakte und mein Organismus sagt mir, wow, das ist genau das Richtige, was du da tust. Du pflegst deine Kontakte, das brauchst du. Das ist für dein Überleben relevant und von großer Bedeutung. Da könnte man sich fragen, ob es jetzt irgendwie diesen Sinn verfehlt. Weil eigentlich im weiteren Stadium der Bekanntschaft kann man sich ja dann auch austauschen ohne sedierendes, angstlösendes Mittel. Ja, ja, stimmt. An Tag vier des Experiments holt mich quasi meine Vergangenheit ein. Als Studentin habe ich englische Junggesellenabschiede zum Barhopping über die Reeperbahn begleitet. Jetzt soll ich in Berlin nochmal einspringen. Eigentlich witzig finde ich... Was hatten die studiert, würde ich gerne mal wissen. Ich überlege, dass ich mir sogar einen Nebenjob gesucht habe, bei dem ich mich völlig aus dem Leben schießen konnte. Für diesen Film ein spannender Einblick, diesen Job nochmal zu machen. Zur Transparenz, ich kriege auch Geld dafür. Wie viel Geld müsste man dir bezahlen, wenn du das machst? 400 Euro. Also ich kriege 140. Das ist ja immer so, ich sage mal, wirklich, für mich ist wirklich schlimmer, dass ich heute nichts trinken kann. Wirklich. Es geht los. Die Jungs sind schon in einer Kneipe. Ich treffe sie dort. Ja. Hallo, ich bin Calvin. Hallo, ich bin Calvin. Hallo, ich bin Calvin. Hey. Hi. Good. Immerhin, herzliche Begrüßung. Who's my snack? Oh, hi. Oh, hi. Oh, hi. Also so Engländer, ich will jetzt hier nicht irgendwie in Klischees verfallen, aber so Engländer, die sich hier rumsaufen, die sind oftmals unangenehm mehr, sag ich mal. Die sind sehr laut und die sind sehr, sehr, sehr brüllend irgendwie. Das kennt man ja auch von englischen Fußballfans. Also ja, gut. Und was die unter guter Stimmung verstehen, würde ich jetzt eher, selbst wenn ich selbst auch besoffen wäre und bei denen dabei wäre, würde ich mich da sehr unwohl fühlen. Aber gut, das ist eine individuelle Sache. Erster Eindruck, zwar scheint keiner mehr zu merken, dass es hier nicht unbedingt gemütlich ist, aber solange das Glas voll ist, ist die Stimmung gut. Daran gearbeitet, die Gläser wieder zu leeren, wird ständig. Allgemein gibt es eigentlich kaum ein anderes Thema als das Saufen selbst. Oh Gott, das ist ja noch schlimmer. Ich meine, auch den ganzen Abend über das Saufen redet auch, ne? Und was ist jetzt ihre Aufgabe bei dem Job? Sie soll die über die Reeperbahn, ne, über die Reeperbahn nicht, sondern über irgendeine Vergnügungsmeile irgendwo begleiten, während die da ihren Junggesellen Abschied feiern. Also sie ist diejenige, die die zusammenhält und durch die Kneipen führt. Oder was ist ihre Aufgabe? Das habe ich nicht ganz verstanden. Das heißt, die Jungs sind schon fast zwölf Stunden am Glas. Nicht unüblich für so einen Junggesellen Abschied. Die wichtigste Rolle spielt in der Regel nicht der Bräutigam, sondern der Alkohol. Ja, zumindest kann man dem Teil ja nicht vorwerfen, dass da jetzt Alkohol verherrlichend sei, sondern ich finde das ja eher, es streckt ja eigentlich eher ab, Alkohol zu trinken, wenn man diese armen Gestalten da sieht, ne? Ich hätte gedacht, oh Gott, da sind jetzt 16 Briten, die mich alle nicht kennen, alle männlich. Das wird mir bestimmt total schwer fallen. Da werde ich ja wahrscheinlich irgendwie Angst haben oder ich werde mich unwohl fühlen. Das war eigentlich gar nicht so. Ja, super heißt ja eigentlich fürs Publikum, dass sie sozusagen gar nicht mehr auf die angstlösende Wirkung vom Alkohol angewiesen sind, wie sie es vorher vielleicht gedacht hätten. Wie krass Alkohol einfach etabliert ist. Und ich meine, ich habe dafür auch voll Verständnis, ich verstehe auch, wenn andere Leute das jetzt so angucken, die denken so, oh, das macht doch keinen Spaß, guck mal, die grölen doch nur, das ist doch alles voll Lala. Aber, aber das macht ja schon Spaß, wenn man selber auch Lala ist, so. Ich, 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 ich muss sagen, ich habe da schon ein Herz für. Ja, das bildest du dir ein, weil du, weil, du, weil, du, weil du unbedingt den Alkohol brauchst. Dein Körper verlangt nach Alkohol. Das ist wie mit Drogen. Du bist nur gut drauf, wenn du, wenn du, wenn du stoned bist, wenn du sozusagen, wenn du deine, deine, deinen Spiegel hast. Dann geht's dir gut. Das ist klassischer Alkoholismus. Klassische Drogenabhängigkeit. Aber zugegeben, ohne selbst Lala zu sein, ist es ein bisschen anstrengend. Der obligatorische Imbissbudenstopp dauert ewig, die Mitarbeiter sind genervt. Und ich stelle fest, Betrunkene sind ein bisschen wie Kinder. Die einfachsten Dinge scheinen plötzlich mega kompliziert. Tja, da kannst du mal sehen, wie das solchen Imbissbudenbesitzern geht, die da jeden Abend die Besovskis bedienen müssen. Jetzt fängt es schon langsam an zu nerven, dass ich keinen Alkohol trinke. Sie sind jetzt quasi im Zwiespalt, naja, irgendwie jetzt halt nüchtern bleiben, so wie ich mir es vorgenommen habe, oder eben auch anfangen zu trinken, um halt irgendwie mehr dabei zu sein. Aber wofür? Ja, um dann am Ende vielleicht auch auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Ja, aber das ist ja so. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz guter, ich sage jetzt mal Therapieansatz, weil es auch einfacher ist, glaube ich, im ersten Moment an anderen Leuten mal zu schauen, was einem eigentlich an Alkoholkonsum nicht gefällt. Ist natürlich erst mal einfacher, ne, jemanden anzugucken und zu sagen, oh, bruh, was, hm, weil damit wir eben eigentlich nichts zu tun haben, als sich das alles erstmal bei sich selber irgendwie einzugestehen, ne. Weiter geht's. Die Kindergärtnerin ruft zum Appell. Aber wohin jetzt mit dieser Rasselbande? Die einzige Bar, die mir einfällt, die 18 betrunkene Briten reinlassen würde, hat aus irgendeinem Grund zu. Heute keine betrunkenen Briten, bitte. Der wäre es doch verantwortlich, sie eher nach Hause zu schicken. Jetzt wird es schwierig. Ich weiß nicht genau, wohin mit den Jungs und das finden die natürlich auch scheiße. Ich frage mich, wie ich sowas früher gelöst habe, als ich noch mitgetrunken habe. Vielleicht hat mich die Situation dann einfach weniger gestresst. Wieso, die hat den Job also tatsächlich früher gemacht, selbst im besoffenen Zustand. Also sie wird bezahlt dafür, dass sie die, also alle sicher geleitet während ihrer Sauftour und gibt sich selber die Kante. Also ist das denn überhaupt im Sinne des Auftraggebers gewesen, dass sie selber auch mit am Mitsaufen ist? Ich entscheide die Jungs erstmal im Stripclub zu parken. Auch wie Kleinkinder. Ab an den Busen, dann sind alle happy. Das sind, glaube ich, Kerle im nüchternen Zustand auch nicht besser. Wenn man das mit nüchternen Augen betrachtet, hat so viel Trinken was Trauriges, finde ich. Ja. Also das finde ich wirklich krass. Ich weiß, dass mir das selber auch Spaß macht, aber wenn man da so drinsteht, denkt man so, hier findet kein Gespräch mehr statt. Die klingt immer noch so, als wenn sie besoffen wäre, ne? Als wenn sie jetzt auch gerade ordentlich einen getankt hat. So klingt die gerade. Hier wird irgendwie nur noch so überlebt. Also das ist ja von der ganzen Reportage der alkoholkritischste Moment, ne? Also ich finde, dass ihr Ton und ihre Worte an der Stelle jetzt gegenüber dem Konsum der Gruppe schon eigentlich recht kritisch klingt. Naja, naja, man merkt schon, ne? Da wurde ihm vorher gesagt, passen Sie aber auch, Herr Experte, finden Sie aber auch ein paar lobende Worte für die Reportage, ne? Nicht, dass wir in jedem Kritik bekommen, ne? Kriegen Sie auch ein bisschen einen Rundfunkbeitrag zugesteckt von uns oder so, keine Ahnung. Und jetzt so hinterher zu sagen, ja, aber es macht auch Spaß, ist irgendwie nicht die ganze Wahrheit. Da ging es mir auch wirklich darum, mich da nicht so rauszuziehen, weil genau das, was Sie sagen, ja, mein Blick darauf war kritisch und trotzdem fand ich es so ein bisschen frech, mich da jetzt hinzustellen. Einmal nüchtern dabei und zu sagen, guckt mal an, wie die trinken, ne? Das habe ich das auch am Ende so relativiert, weil ich dachte, naja, das ist jetzt ja auch unglaubwürdig, wenn ich hier stehe und das plötzlich so sehr verurteile. Der Abend geht eigentlich noch weiter, aber mehr Erkenntnisse bringt er nicht. Irgendwann verabschiede ich mich. Mir fällt auf, dass ich noch nie so wenig mit der Gruppe, die ich begleitet habe, zu tun hatte. Denn sind wir mal ehrlich, im Grunde hatte ich mit denen nichts gemeinsam außer der Liebe zum Alkohol. Trinken alle, findet man schneller ne Basis, wie hier auf meinem Heimweg an der Warschauer Straße. Also ich würde auch nicht bei Fremden im Arm liegen, wenn ich besoffen wäre. Sorry, also das ist mir jedenfalls nie passiert. Auch hier jetzt so zu überlegen, ja, der Anlass, ja, lohnt es sich denn für mich jetzt zu trinken und dann diese Auswirkung zu haben? Den Rausch und die toten Hirnzellen und was weiß ich alles. Ja, und nachher vielleicht am nächsten Tag Selbstvorwürfe gar oder so. Lohnt es sich für diesen Anlass oder vielleicht kommen Sie dann zum Schluss für einen anderen Anlass? Lohnt es sich und ist genau das Richtige? Dann ist ja auch okay. Da sprechen Sie auch total mein Empfinden eigentlich in dem Moment an, weil das habe ich mich auch gefragt. Das habe ich am Ende nicht in die Reportage reingeschnitten, aber ich habe nachher schon herzlich gelacht mit meinem Kameramann, als ich da stand, da sie meinte. Wie irre eigentlich, wenn ich mir mal vorstelle, wie viele Abende ich mit irgendwelchen Briten verbracht habe. Ja, also ich muss sagen, ich war jetzt gestern um drei oder so im Bett und ich fühle mich trotzdem ein bisschen verkatert heute, obwohl ich keinen Stock Alkohol getrunken habe. Ja, und kann jetzt dem gar nicht so viel abgewinnen, dass ich jetzt nicht verkatert bin. Ja, ja, das ist ja so ein Effekt, dass wenn man lang gefeiert hat, auch ohne Alkohol, dass man sich wie verkatert fühlt. Entschuldigung, das ist doch Quatsch. Also ich, das ist doch wirklich, wenn man Alkohol getrunken und sich richtig ordentlich die Kante gegeben hat, dann ist man am nächsten Tag verkatert und dann hat man Kopfschmerzen. Also das heißt man, also mir jedenfalls ging es so, dass ich auf jeden Fall am nächsten Tag zunächst gebrauchen war. Ja, und je älter ich wurde, desto schlimmer wurde das, weswegen trinke ich ja auch mittlerweile faktisch keinen Alkohol mehr, weil ich genau weiß, wenn ich es machen würde an einem Abend, dann müsste ich am nächsten Tag, dürfte ich auf jeden Fall nichts vorhaben. Da dürfte ich nicht arbeiten und gar nichts, weil da weiß ich genau, da wäre ich zunächst in der Lage. Das ist doch ohne Alkohol, ist das doch nicht so. Also da fängt es doch jetzt an, auch zu relativieren, wenn er sagt, naja, verkatert ist man doch so oder so, ob man nun gesoffen hat oder nicht. So ein Quatsch. Das ist normal eigentlich, ne? Und tatsächlich auch ein bisschen ernüchternd, sag ich mal, weil so stellt man sich das nicht vor. Dann denkt man so, ach, jetzt habe ich schon nichts getrunken und ist dann eigentlich so ein bisschen sauer und denkt so, Mensch, so viel besser fühle ich mich gar nicht. Allerdings denn neben... Bei dir wahrscheinlich die Entzugserscheinungen, die durchschlagen am nächsten Morgen, wenn du nichts getrunken hast. Das ist, als sehen Sie dann, dass sich das jetzt gar nicht so richtig anfühlt oder so nicht verkatert zu sein, der bekräftigt natürlich Konsum, ja? Also da, das wäre so eine Art Glaubenssatz, den Sie überdenken können und sagen können, was stimmt ja gar nicht. Stimmt, weil ich in dem Fall quasi sage, ich fühle mich nicht besser. Das heißt, es hat sich nicht gelohnt, nüchtern zu bleiben, ne? Dabei habe ich ja vorher auch Gründe gesammelt, warum es sich gelohnt hat, nüchtern zu bleiben und schmeiß das dann hier alles wieder weg. Genau. Ernüchterndes Urteil. Trotzdem, schwer gefallen ist mir die Woche nüchtern nicht. Ist mein Konsum dann überhaupt problematisch? Ja, ist sie denn mittlerweile wieder viermal die Woche am Saufen? Das hat sie noch gar nicht öffentlich gemacht oder transparent gemacht. Ist sie wieder im alten Trott drin? Hat sie denn irgendwas gelernt, sie selber, jetzt in ihrem realen Privatleben? Das hat sie bisher noch gar nicht gesagt, ne? Oder ist sie wieder normal am Saufen, wie sie es sonst auch gemacht hat? Das würde mich ja mal interessieren. Das will ich in der Suchtberatungsstelle klären. Hallo. Laut BZGA, also der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, gibt es einen risikofreien Konsum von Alkohol gar nicht. Die Faustregel, wann er aber als risikoarm gilt, ist so weit weg von meiner Lebensrealität, dass ich die nicht ernst nehmen kann. Können wir noch einmal, ich habe das hier in der Reportage lapidar abgetan, weil ich das auch so wahrgenommen habe. Ich dachte, naja, das hat ja gar nichts mit mir zu tun, aber natürlich stimmt es allein schon aus Bildungszwecken, können wir die hier vielleicht nochmal anführen, was eben die Leitlinien für risikoarm Konsum sind. Also für eine Frau, etwa in ihrem Alter, ein kleiner Drink, also ein kleines Bier 0,33, oder ein Glas Sekt 0,1 oder ein halbes Glas, ein Achtel Wein. Okay, und mindestens zwei Konsumfreitage die Woche, richtig? Ja. Und für den Mann, glaube ich, das Doppelte. Genau. Ja. Da bist du doch wohl weit drüber. Wenn du mit deinen Freunden dir viermal die Woche abends die Kante gibst, dann wird doch gesoffen bis morgens um vier. Das ist doch wohl deutlich drüber. Oder nicht? Da sollst du es doch mal ehrlich sagen. Sie beißt sich immer auf diesem viermal die Woche fest. Aber viermal die Woche ein halbes Glas Wein trinken oder viermal die Woche sich die Kante so weit geben, dass man nicht mehr gerade laufen kann. Das ist ja ein großer Unterschied. Du an manchen Stellen gehabt, das war jetzt zu viel. Daraus ergibt sich für mich ein wie auch immer gearteter Nachteil. Ja, also ich meine, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist es natürlich eigentlich schon krass, dass man regelmäßig eigentlich irgendwie Alkohol trinkt und sich an viele Teile dann gar nicht mehr erinnert und irgendwie einfach davon ausgeht, das ist wohl bestimmt ein mega Abendpunkt. Naja, ich meine, das ist natürlich die schädigste Form, Alkohol zu trinken in einer großen Menge und dann bis man ein Film was hat. Und das ist sicherlich alles andere als gesund. Ja. Ja, dann sag es doch mal deutlich. Sag ihr doch mal einfach deutlich ins Gesicht. Pass mal auf, Mädel. Du hast ein Alkoholproblem. Also der redet so um heißen Brei rum irgendwie. Okay, weiß ich nicht. Also da, ich habe mir das schon gedacht, dass wir da so einen Experten nehmen, so einen, der nicht so richtig sich richtig traut, dass das mal klar zu sagen, sondern der eher noch sogar das Ganze auch noch relativiert. Das ist ja genau das, was sie im Grunde will mit ihrem komischen Experten, den sie sich da jetzt gesucht hat. Glaube ich. Deshalb sicherlich wichtig, dass wir das an der Stelle nochmal einordnen. Also klar, Alkohol ist schädlich. Alkohol erzeugt 60.000 Todesfälle im Jahr. Also das verkürzt die Lebenszeit für Leute, die abhängig geworden sind maximal. Also das ist... Ich glaube sogar, dass es mehr als 60.000 im Jahr sind. Aber gut, das ist die Frage, kann man schwer einschätzen. Das ist ja teilweise gar nicht nachzuvollziehen, wahrscheinlich, ob der Alkohol direkt damit zu tun hat oder nicht. Da lässt sich jetzt nicht viel Kleinreden oder Verharmlosen dran. Das ist schon auch gesamtgesellschaftlich ein echtes Problem. Gab es denn schon mal irgendwie Ansprachen vom Umfeld oder sowas, dass Leute gesagt haben, ich finde, das ist relativ viel, was du trinkst? Ja, aber eher in so einer lustigen Art und Weise. Also zum Beispiel in Köln bei meinen Mädels, wenn wir dann irgendwie noch Bier holen wollen, weil irgendwie schönes Wetter ist, dann heißt es direkt so, naja, für Caro nehmen wir direkt mal drei mit. Und wenn dann so ein Spruch kommt, was macht das mit dir? Ich merke halt, dass ich mich darüber dann identifiziere. Ja. Also, dass ich das gar nicht, ich finde das gar nicht schlimm, sondern ich nehme das so an als, ich bin eine, die viel trinkt. Und es ist eine Erwartungshaltung an mich selber, aber auch an... Also ich bin cool sozusagen, ja, klar. Das ist ja unter Jugendlichen natürlich auch so verbreitet, weil bei uns ja auch da, auch damals schon so, als ich im jugendlichen Alter war. Natürlich, wenn man am Ende des Abends gekotzt hat, dann hat man sozusagen, hat man es erreicht, hat man es geschafft. Quasi. An meine Funktion in einer Gruppe irgendwie besonders lustig zu sein oder besonders, ich weiß nicht, also ich denke, ich bin jemand, der über die Stränge schlägt damit, so das ist so gesetzt. Okay, also du hast das schon so ein bisschen in dein Selbstbild eingebaut, in deine Identität sozusagen, dass Alkohol schon eigentlich auch dazu gehört. Krass, das habe ich mir vorher gar nicht so klar gemacht, aber er hat recht, klingt erbärmlich, ehrlich gesagt. Alkohol ein Charakterzug? Really? Ja. Achso, wenn ihr den ganzen Abend auch nur über Saufen redet und immer nur, als sich alles um Alkohol dreht, ja was denn sonst? Also, Alkohol ist kein Charakterzug. Auf dem Weg in das chronische Problem, Abhängigkeit, ist es aber ein Meilenstein. Also man trinkt und trinkt immer mehr, baut es in die eigene Identität ein und zunehmend, das ist mit allen anderen Drogen auch so, wird die Droge immer bestimmender. Es scheint, dass man auf anderem Weg überhaupt keinen Spaß mehr haben kann. Es scheint, dass es irgendwie das Einzige ist, woraufhin man irgendwie sich orientieren kann. Lieber ein Gespräch ein bisschen kürzer halten, damit man wieder nachlegen kann oder sowas. Naja, und die falschen Freunde zu haben, das ist ja der Punkt. Wir haben es auch vorhin eindrucksvoll gehört. Wenn die sagen, warte, du trinkst ja Alkohol, dann sehen wir uns 30 Tage nicht. Also man wird ja sozusagen auch noch ausgeschlossen aus der Gemeinschaft, aus dem Freundeskreis und wird rausgemobbt, wenn man sich am Saufen nicht beteiligt. Das ist doch ein großes Problem. Da gibt es ja auch wirklich noch eine Spanne sozusagen irgendwo zwischen schädlichem oder missbräuchlichem Konsum bis dann tatsächlich die Rede von der Abhängigkeit ist. Mir tut gut, wie differenziert er meinen Konsum einordnet. Ich kriege den Eindruck, dass so eine Konsumpause mir ganz schön viel über mich beibringen kann. Das kann auf jeden Fall was sein, wo Menschen dann, wenn sie sich beispielsweise auch für eine Abstinenz oder für einen reduzierten Konsum entscheiden, sagen, hm, jede Party will ich eigentlich gar nicht mehr mitnehmen, ist mir aufgefallen, weil ich mag bestimmte Arten von Partys gar nicht so gerne. Die machen mir tatsächlich nur Spaß, wenn ich halt viel getrunken habe. Und das stimmt. Der Abend mit den Junggesellen hat mir zum Beispiel keinen Spaß gemacht. Und auch die Abende mit Freunden waren für mich oft anstrengender. Ich fand es herausfordernder, eine Version von mir zu sein, die ich mag, also die ich gerne mag. Aber es ist mir gelungen, glaube ich. Man gibt mir auch noch ein paar praktische Tricks an die Hand, um langfristig meinen Konsum zu senken. Zum Beispiel nach jedem Schluck das Glas abstellen. Klingt banal, finde ich aber gut. Ja, wieso? Ist sie sonst so schnell am Saufen, dass sie das Glas gar nicht aus der Hand legt, sondern immer nur gleich hier und noch ein Bitte, Herr Kellner, hallo? Oder was? Oder was meint sie damit? Das finde ich ja interessant. Ich fand es extrem... Es geht ja auch ins Geld auf Dauer, oder? Gut, ich meine, ja, bei Funk wird der Rundfunkbeitrag ja rausgefeuert an die Leute, verdienen sie sich alle dumm und dämlich. Da können sie auch so offengehen auf Kosten des Rundfunkbeitragszahlers. Spannend gerade. Ich habe das Gefühl, dass das so meinem ganz persönlichen Konsum so eine Form gegeben hat. Und so insgesamt finde ich einfach wahnsinnig krass, dass so ein Angebot umsonst ist und man einfach hingehen kann und so professionell beraten wird. Das wusste ich irgendwie gar nicht, dass das geht. Mehr Infos dazu findet ihr in der Infobox. Tag 9 Boah, heute ist so ein Tag, wo ich mich richtig abfacke. Ich bin zu so einer Filmpremiere eingeladen und Alkohol wird hier gerne mal als sozialer Kleber bezeichnet. In dem Fall würde ich es einfach als sozialen Sauerstoff bezeichnen, weil das da einfach voll hingehört. Wenn man so niemanden kennt und dann noch in so einer Umgebung, wo so Leute rumlaufen, die was von sich halten, boah, da habe ich echt überhaupt keinen Bock, keinen Alkohol zu trinken und noch alles umsonst wahrscheinlich. Ja, da würde ich doch gar nicht hingehen. Entweder interessiert der Film mich und die Premiere interessiert mich oder wenn ich das nur aushalte, wenn ich mir einen hinter die Binde gieße, dann bleibe ich zu Hause, weil dann gefällt es mir ja eigentlich nicht wirklich. Ich sauf es mir ja quasi schön, das Ereignis. Ja, dann lasse ich es doch lieber bleiben. So albern. Natürlich gehe ich trotzdem hin. Okay, ich habe auf jeden Fall jemanden gefunden, den ich kenne, aber muss jetzt mit cooler Leuten anschließen. I'm so sorry. Das wird sich wirklich scheitern. Die Premiere ist nicht halb so fancy wie gedacht. Hätte ich mir im Vorfeld ein Glas genehmigt, wäre das komplett unnötig gewesen. Manchmal muss man Situationen vielleicht auch einfach mal ohne aushalten. Und trotzdem. Also, die haben auf jeden Fall alle ein bisschen bessere Laune als ich. Vor allem hat die da schon ein bisschen Wein. Wenn bin ich das so mit? Die sind doch alle peinlich. sie nimmt das immer alles als total cool und geil und lustig und locker irgendwie auf, wenn Leute da irgendwie sich besoffen da irgendwie da inszenieren und gerieren. Das ist doch eigentlich eher unangenehm und peinlich. wenn ich mitkriege wie Spaß das machen kann so ein bisschen was zu trinken dann fällt es mir schon schwer nicht zu trinken und sicherlich auch eine wichtige Erkenntnis irgendwie und auch die Frage ob man sich dann vielleicht auch mit anderen also wenn ich wenn jetzt mein Ziel ist kein Alkohol mehr zu trinken oder wenn ich meinen Konsum hinterfrage wäre glaube ich auch die Konsequenz mich weniger mit Leuten zu umgeben die Alkohol trinken also ist natürlich dann eine harte Nummer ja aber also ich glaube wenn ich jetzt also ich glaube sonst dann ärgere ich mich viel zu oft oder man baut ein neues Image drauf und sagt ne ich bin die die bei vielen Gelegenheiten auch einfach gar nicht mit trinkt also sind wir wieder bei Identität das Fazit deshalb sich ein Image aufbauen ich bin die die nie trinkt naja gut dann sollte ich aber lieber ihren Freundeskreis wechseln weil ich glaube das wird da nicht so gut ankommen Alkohol ist in gewissen Kreisen so wie ein Hund beim Spazierengehen ohne geht auch aber mit macht einfach mehr Spaß ja das ist natürlich jetzt eine Aussage die total verharmlosend gelesen worden ist und das verstehe ich auch ich glaube hier es gibt auf der einen Seite einen extrem guten Einblick in meine Innenwelt weil das ist das ist so das habe ich so empfunden sonst hätte ich das nicht gesagt aber deshalb sitzen sie jetzt auch hier weil natürlich klar das ist das ist natürlich nicht unproblematisch wenn man das so erlebt oder also ich kann das nachvollziehen das Problem ist halt wenn sich so viele Lebensbereiche quasi so dem dann irgendwie unterordnen wenn irgendwie in der Alkohol jetzt da auch quasi die Hürden abbauen soll wenn ich glaube so kann ich vielleicht jemanden besser kennenlernen als ohne oder ich finde den nicht gut der kann überhaupt nicht gut kommunizieren sag doch mal ein dann wird die Zunge lockerer dann kommst du vielleicht besser rüber Junge mit meinen Freunden mehr Spaß haben vielleicht ist es ja so so vergehen viele abende auch am geburtstag meiner mutter ich bin gespannt wie man hier reagiert wenn ich nicht trinke was ganz ist ich hätte gedacht dass hier mehr Leute mit dem antworten wenn ich Alkohol trinke also ich hätte wirklich gedacht dass ich mir ständig Sprüche anhören muss habe ich echt positiv überrascht ich glaube und zwar dass viele Leute jetzt denken dass ich schwanger bin aber ich immer gespannt ob solche Gerüchte jetzt noch ich frage bei meiner mutter nach aber niemand spricht sie darauf an so zur lage meines alkohol entzugs ich habe das gefühl meine haut ist ein bisschen besser geworden das gefühl mein gesicht ist ein bisschen schlanker aber wisst ihr wogegen ich das gerne eintauschen würde gegen einen kleinen rausch das ist doch eindeutig eine aussage dass hier eine alkoholikerin ist deutlicher geht es doch eigentlich gar nicht ich bin im biergarten verabredet warum sagt da der experte jetzt nichts dazu zu der sequenz die wir gerade gesehen haben es wird zäh langsam habe ich gecheckt wie es ist alles nämlich so als wäre korn sambuca uso die harten sachen dabei viel spaß alkohol ein club für die coolen kids und ich muss jetzt für 30 tage draußen bleiben man hört ja immer den satz man kann auch ohne alkohol spaß haben stimmt bestimmt auch aber ich finde man muss ehrlich sein die gleiche art von spaß ist es nicht auf sowas kommt man halt nur wenn man betrunken ist ja also man 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 macht sich zum löffel und blamiert sich vor einen leuten besoffen ist oder was 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 ist das ist doch jetzt irgendwie nicht cool oder irgendwie so besonders dass man sagt so will man unbedingt sein das ist doch peinlich das sind doch peinliche momente also ehrlich mensch kinders ihr seid ja leicht zu unterhalten guckt euch das doch mal an so viel spaß hatte ich ehrlich gesagt in den zwei wochen nichts das ist ja gut das haben wir ja alles schon gesehen in der original reportage aber das ist ja wirklich also nee das ist wirklich erbärmlich also wenn ich jetzt von außen drauf guck dann würde ich jetzt vielleicht die grausame frage stellen was ist der unterschied von der situation zu der mit den engländern ja dass ich wahrscheinlich die leute einfach besser kenne und mehr mag einfach und mich damit mehr in der gruppe einfinde ach so okay das war jetzt auch ein bisschen fang frage ja also ich glaube er hat das gefühl die die frau ist ein hoffnungsloser fall der ist nicht zu helfen aber was ist denn die antwort auf die frage weil ich meine sie haben ja recht wahrscheinlich ist der unterschied nicht so groß und trotzdem würde ich da gerne mitmachen und bei den anderen weniger so was lerne ich daraus ja also wir hatten es vorhin schon mal ich glaube es geht halt darum die situation wo sie viel trinken wollen zu unterscheiden und die raus zu suchen wo sie wollen und dann halt die Auswirkungen am nächsten Tag zu leben und von den anderen mehr sein zu lassen nach diesem abend sagt mir übrigens da möchten einige gepixelt werden weil sie sagen bitte ich möchte nicht in dieser peinlichen veranstaltung ich glaube die waren damals noch nicht gepixelt in der ersten version oder kann mich nicht daran nennen dass Leute gepixelt waren also es ist mittlerweile schon Leuten aus ihrem Umfeld peinlich überhaupt in dieser Reportage aufzutauchen sie möchten gerne gepixelt werden wenn es jemand der da war dass er mich sehr zurückhaltend erlebt hat ein Satz der sitzt ich erlebe mich auch an anderen Abenden während des Experiments ein bisschen gehemmt ich habe gemerkt dass ich mir die ganze zeit so viele gedanken gemacht habe und mir die ganze zeit so soziale noten irgendwie ausgestellt habe so bin ich heute witzig bin ich eloquent bin ich klug und das hat dazu geführt dass ich gar nicht entspannt war mein kopf voller Sachen war was dann natürlich wieder dazu geführt hat dass am Ende die These ich performe auf Alkohol besser ja sogar stimmt immerhin körperlich merke ich eine Verbesserung ich laufe schneller 1 2 3 4 diese haben es alle in meinem Besitz geschafft das hat mir eine Freundin mitgebracht das hat hier gepennt hat das hat jemand der hier vorbeikam mitgebracht in der andere dass sie eh was trinken ja gut das habe ich selber gekauft zum Kuchen backen was backt denn die für einen Kuchen wo sie Havanna Club mit reingießt und das habe ich zu meinem Geburtstag bekommen der war im Februar also schon ewig her das heißt vier Flaschen Alkohol haben sich in meinen Haushalt gesneakt innerhalb von 18 Tagen finde ich auch schon krass das heißt in meinem Leben jedenfalls Nummer eins mit Brinksel Alkohol und da freue ich mich auch sonst drüber schon krass trotzdem vier Flaschen und an manchen auf dem Boden unterm Fenster Bier eine offene Bierflasche sehe ich da eine geöffnete Sektflasche sehe ich da die hat auch gar nicht Alkohol Entzug gemacht für 30 Tage die hat auch locker weitergesoffen ist mein Verdacht man sieht es ja an den Flaschen und auch so wie sie redet die redet die spricht ja nie als wenn sie als wenn sie nüchtern wäre die klingt immer so als wenn sie besoffen wäre wenn sie redet gut vielleicht redet sie auch aber naja ich würde jetzt gerne schlafen es ist irgendwie 22 Uhr ich habe aber so krass Stressmoment und ich merke dass ich einfach gar nicht runter komme und ich würde jetzt halt eigentlich was trinken mache ich jetzt natürlich nicht finde ich irgendwie voll ernüchternd haha so diese Erkenntnis ich glaube nicht dass ich ein Problem mit Alkohol habe ich glaube vielmehr dass ich ganz oft meine Probleme mit Alkohol löse ich werde so bockig jetzt ich denke ich habe doch das nicht lösen sondern du vertünst die Probleme du verdrängst die Probleme du löst sie nicht dadurch die Probleme werden noch schlimmer echt mich jetzt so ein bisschen runterzuholen mit einem Glas Wein und mich von meinem stressigen Tag zu erholen also meine Laune ist auf jeden Fall nicht besser das ist glaube ich der Moment der mir am schwersten gefallen ist in die Reputation zu schneiden der Moment der mir am schwersten fällt zu gucken irgendwie war es nicht möglich genau da hat man nur das gesehen da ging es nur sozusagen jetzt quasi dem Vorsatz treu zu bleiben das Hirn auszuschalten und das zu tun was dran ist also so gefühlt ist mir ja durchaus auch bewusst dass das problematisch ist und ich finde Teil von so einer Reportage ist das auch zu zeigen ich finde ich ich finde es einen starken Moment weil sie sich trauen diese Ambivalenz diesen Alkoholhunger zu benennen das ist ein Tabuthema sonst also ich weiß ich weiß nicht ob das ein starker Moment ist ich meine es zeigt eher dass sie uneinsichtig ist und ihr Problem nicht erkennt was ist dann daran ein starker Moment ich kann daran keinen starken Moment erkennen tut mir leid und so irgendwie das so zu zeigen finde ich stark ich will mich nicht in so einer Proalkoholtrotz Phase verlieren und treffe Andreas ein Kumpel von mir der keinen Alkohol mehr trinkt wir gehen in den ersten alkoholfreien Kiosk Deutschlands natürlich in Berlin hallo hallo schön dich zu sehen geht's dir gut sehr gut hi grüß dich hi seit wann trinkst du jetzt keinen Akkohol seit seit 2019 boah so lange schon ohne Ausnahme ohne Ausnahme das ist für sie unbegreiflich das kann sie gar nicht das kann sie gar nicht erfassen dass jemand keinen Alkohol trinkt das ist doch arm ist mittlerweile Teil meiner Identität echt krass spannend es scheint als wäre es eine grundsatzfrage ob man nun Alkohol trinkt oder nicht sowohl Andreas als auch ich definieren uns über den Konsum hier im Laden habe ich das erste mal das Gefühl dass alkoholfrei nicht unbedingt uncool sein muss wir setzen uns raus Andreas und ich kennen uns seit 2017 damals haben wir öfter mal zusammen einen getrunken er hat sich bewusst entschieden keinen Alkohol mehr zu trinken ein Problem mit Alkohol hat er aber nicht kass riecht riecht auf jeden Fall wie ein Wein schminken soll warte unterm Strich hat Alkohol trinken mir halt mehr genommen als es mir gegeben hat und diese mentale Pro und Contra Liste war auf der Contra Seite irgendwann viel länger als auf der Pro Seite Was stand auf der Pro Seite Was stand auf der Contra Seite Das wäre viel interessanter Was war auf der Pro Seite Tatsächlich nicht mehr viel Ich habe diese Kapitel durchlebt und war irgendwann an dem ich guten Gewissens aufhören konnte Ich habe keine Formel zumal ich auch draußen bin mit Leuten im sozialen setting und man trifft mich noch in Kneipen Hast du trotzdem manchmal vermisst du das schon manchmal irgendwie Nein Krass Dann ist das vielleicht auch einfach Typsache Nein Der ist kein Alkoholiker Im Gegensatz zu dir Du bist Alkoholikerin Das ist der Unterschied Das ist auch keine Typsache Das war doch naja gut Früher war ich häufiger verliebt Ich glaube aber auch weil ich häufiger betrunken war Crazy Würdest du als Nicht Alkoholtrinker mit einer Frau zusammen sein die Alkohol trinkt Ja definitiv Ja Ja Also ich könnte mir natürlich vorstellen dass ich da vielleicht auch ein bisschen mein Gegenüber beeinflusse mit der Zeit vielleicht beeinflusste sie mich aber auch Flottwist Ich merke ich bin da nicht so kompromissbereit Ich hab mich ein zweimal mit jemandem getroffen einmal auch in der Kneipe und dann hat er zu mir gesagt er trinkt keinen Alkohol und dann dachte ich so Digga sag das doch voll doof ich weiß dass es auch also so ist aber hast du mal alleine getrunken oder ja ja ist ja auch in Ordnung ja ist auch in Ordnung ja und dann war er natürlich der hat natürlich sofort das Weite gesucht weil er dachte mit der alten Saufnase will ich bestimmt nicht zusammen sein schlecht gefühlt aber möchtest du denn einen Partner oder einen Dating Partner wie auch immer der Alkohol trinkt oder einfach jemanden der locker ist ja weißt du was weißt du die eigentlich wäre natürlich die gute Antwort auch die zu erwartende Antwort einfach einen der locker ist aber ich finde es selber Panne aber nee auch einen der Alkohol trinkt gefühlt also weil vielleicht ist es so weil man unterbewusst auch weiß dass es ein Laster ist und man das einfach nicht so gerne alleine dann machen will aber weil ich nicht darauf verzichten will würde ich gerne mit jemand zusammen darauf nicht verzichten ja den Satz habe ich ja damals schon in meinem Beitrag natürlich rot unterstrichen weil ich gedacht habe okay das sagt jetzt wirklich eine Menge aus wenn sie sogar noch fordert dass ihr Partner auch noch ordentlich einen kippen muss nur dann ist sie auch in ihrer Partnerschaft glücklich ja wo sollen das hinführen das ist doch das ist doch schlimm kann ja eigentlich nicht sein oder ja sollte nicht sein nee kann nicht sein oder also ich meine was sollen jetzt wenn mein gegenüber irgendwie ein signalisiert dass er ein ganz tolles Erlebnis gerade hat mit mir zusammen und trinkt dabei nicht und ich trinke ja was ist jetzt das Problem ja stimmt schon wahrscheinlich auch wieder so eine vielleicht auch einfach ein Glaubenssatz der der falsch ist ne würde ich sagen ich glaube tatsächlich dass jeder zweite oder vielleicht jeder dritte mensch hier gar nicht rumlaufen würde wenn es Alkohol nicht gäbe das ist ein ganz interessantes Gedankenexperiment wie gebumst wird nur wenn man Alkohol getrunken hat oder was wollte er jetzt damit sagen stimmt das können wir doch auch noch mal kehren hast du weniger sex seitdem du bin Alkohol hat vielleicht wäre die Zahl der abtreibung niedriger weil das eher ungewollte Kinder sind habe ich mehr oder weniger sex habe auf jeden Fall bessere und bewusst sagen ja eben nächsten morgen aufwachen neben jemanden und man kennt den jenigen gar nicht und du scheiße Silvester denn das glaube ich dir die 30 tage sind jetzt vorbei im ersten moment könnte man meinen ich habe gar nichts gelernt aber ohne die konsumpause wäre mir nicht aufgefallen wie groß die Rolle ist die Alkohol in meinem Leben spielt beim Dating bei Stress in sozialen Situation wenn man ehrlich ist Freiheit von Alkohol sieht anders aus also sprich sie konnte es eigentlich kaum erwarten sie hat die tage schon gezählt die stunden schon gezählt bis sie endlich wieder saufen kann und endlich wieder hinter die binde kippen genau sie konnte es kaum erwarten und ehrlich ich habe es vermisst trotzdem nehme ich mir zumindest vor so eine konsumpause auch nächstes Jahr wieder einzulegen wenn es darum geht einfach nur dass ich Spaß haben will und deshalb Alkohol auch dazu trinke finde ich das zumindest für mein eigenes Leben nicht verwerflich und dadurch dass ich jetzt auch eine längere Pause gemacht habe würde ich sagen schmeckt es besonders gut das ist schade das schlimme ist ja dass wir alle dafür bezahlen müssen die versauft unseren rundfunk beitrag muss man sich immer wieder klar machen was die macht ich glaube das ist manchmal einfach umständen geschwindet ich sitze hier in der Kneipe in der bar am schluss und formuliere hier mein Fazit und das ist auch sicherlich die halbe Wahrheit dass ich mich da freue wieder zu trinken das sieht man ja auch trotzdem ist es schade weil einfach wahnsinnig viele erkenntnisse im Laufe der reportage da jetzt irgendwie so ein bisschen auf der Strecke bleiben irgendwie und das schon nicht stimmt als hätte ich als wäre das alles was hängen geblieben ist ein Konzept von der Abhängigkeit hat mal irgendwie abgehoben auf den Unterschied zwischen Wanting und Liking also das sozusagen Liking wirklich etwas gerne machen ersetzt wird auf der Abhängigkeitsentwicklung durch Wanting das ist halt nur noch ums kompulsiv wird es dringend was haben müssen und dann irgendwie zu sich nehmen und sonst fühlt man sich auch gar nicht mehr wohl und so und es gehört auch einfach immer dazu aber das finde ich gerade total spannend weil das ist eigentlich das was ich glaube ich zwar versäumt habe in diesem Fazit so richtig treffsicher zu formulieren aber im Prinzip das was ich meine hier bleibt auf der Strecke dass ich durchaus gemerkt habe dass es diese Phasen des Wantings gibt und dass die auch wirklich kritisch zu betrachten sind aber in diesem Fall ordne ich das deshalb als nicht verwerflich ein weil es hier eigentlich um ein Liking geht es geht um hey ich habe jetzt wirklich einfach Lust es macht Spaß natürlich ist das One Thing du hast du hast konntest gar nicht mehr richtig schlafen dir ging es scheiße und du hast einfach einen wahnsinnigen Drang gehabt endlich wieder Alkohol zu trinken das ist One Thing das ist nicht Liking die macht sich selber was vor hab vielleicht dann morgen auch irgendwie einen kleinen Kater oder so aber der ist es mir quasi wert jetzt nach diesem Verzicht dass ich sage ich habe heute mal einen Liking haben aber es ist interessant also finde ich spannend und ich glaube auch ich meine hier das was wir jetzt gerade gesehen haben das war quasi der letzte Tag da trinke ich wieder aber auch seitdem ist dahingehend auch wahnsinnig viel passiert also ich glaube na was dass diese Konsumpause gekoppelt an diese Reportage schon dazu beigetragen hat dass ich einen viel kritischeren Blick auf meinen Konsum werfe gut alles andere wäre glaube ich auch seltsam das konnte an mir jetzt ja gar nicht vorbeigehen auch aufgrund des Echos einfach dass man schon merkt das ist schon irgendwie viel ich fand halt gut was heißt den kritischeren Blick säufst du denn auch weniger als so so in der ganzen stärke und schärfe irgendwie da sein durfte in der Reportage und ich finde das ist Sinn und Zweck grünen Und sie macht sich jetzt die Welt einfach nur schön, indem sie sagt, naja, aber ich trinke jetzt quasi mit dem Bewusstsein, dass es vielleicht nicht so gut ist, so viel zu trinken, aber ich tue es einfach trotzdem oder was. Ja, das hat ja nun nicht weitergebracht. Also wenn sie jetzt einmal gesagt hätte, ich habe durch eure Kritik und durch diese Reportage und durch diesen Experten gemerkt, was ich mir da antube, ich trinke jetzt deutlich weniger, ich trinke nur noch einmal die Woche, nur am Samstagabend, wenn ich mich mit Freunden treffe, eine ganze Woche nicht mehr, dann würde ich sagen, na gut, immerhin, das ist von ihr aber nicht gekommen. Also insofern, die lügt sich selber in die eigene Tasche. Sie tut jetzt einfach so, als wenn sie irgendwie bewusster jetzt Alkohol trinkt, aber die Menge ist dieselbe. Ja, dann hat es nichts gebracht. Also, finde ich sehr merkwürdig. Ja, Leute, das ist das, was ich dazu sagen konnte. Ich weiß nicht, die tut mir irgendwie leid. Und vielleicht sollte auch Y-Kollektiv mal über die Zusammenarbeit mit ihr weiter nachdenken, weil offensichtlich macht sie ihre Reportagen ja auch im besoffenen Zustand. Also, das geht ja gar nicht anders. Sonst müsste sie ja zumindest, wenn sie eine Fünf-Tage-Woche hat, dann kann sie ja nicht vier Tage die Woche saufen. Das geht ja irgendwie nicht. Da passt ja was nicht zusammen. Insofern, ja, sollte man darüber auch vielleicht mal nachdenken. Vielleicht kapiert sie es ja dann, wenn sie vor die Tür gesetzt wird. Naja, soweit von mir zu diesem Thema und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Naja, soweit von mir zu diesem Thema.